deswegen finde ich lohnt sich das einzusetzen und sogar t5 sprint rollen haben wir bekommen also war doch relativ sehr gnädig und ja ist schon nicht verkehrt so wir haben 7000 9000 310 halbpunkte noch ja ist schon gut so dann machen wir noch mal t4 sprintrolle dann mache ich noch einmal den hier dass wir jetzt kommen wir schnell wie sind wie schnell die unterwegs sind so alka 40 stück ok da machen wir folgendes also die fünf dass wir sehr gut sehr gut sehr gut da machen wir einmal auf denen dass die geslot wird und dann machen wir gekritzt oder besser geht es nicht was war das denn gerade was ist das denn hier es ist ein skill von ihr ok wir können wir machen und fertig wie viel gibt sie eigentlich gibt die eigentlich nicht schlecht nicht schlecht nicht schlecht ja krass wie viel krit wir auf einmal machen wartet mal wir könnten eigentlich auch ich habe eine idee erwartet mal ich habe nämlich damals mir mal armus gekauft 2468 2468 ja wollen wir das mal machen ich mal vier stunden das ist halb 7 nee komm wir machen erst mal den machen den und und dann reicht das erst mal dann machen wir noch ein bisschen mehr damage 13.000 so die dropen ja keine keine quest drops was schades cool wäre gewesen wenn diese missionen dass man die immer machen könnte also dass man die so farmen könnte die quest das war richtig cool ich glaube dann wird es ja alles anders ich meine das besser geht es ja nicht gut das problem ist halt man muss halt ports verwenden wie ein kaputter aber weiß ich nicht ob das denn das wert ist doch bestimmt oder ist jemand anders ich hätte es eigentlich gedacht dass er uns vielleicht hilft diesen ekelhaft giftiger aronen also aronen sind ja schon ekelhaft aber wir sind viel größer und ja weiß ich nicht weil wir haben dann müssen wir noch die weiß ich nicht ob hier noch die wasser baritons oder die anderen die blauen wie ich ja diese kristallkugel brauchen wir als problem ist halt was ich jetzt hier so mitbekommen habe da wird er halt bei dem monster nicht angezeigt es wird bei dir nicht angezeigt dass wir oder ist das der mob hier halt das sport natürlich könnten wir jetzt mal hier hochgefährliche situation gefährliche situation so wie gehen jetzt erst mal noch zwei quest abgeben damit wir hoffentlich neue quest bekommen würde sagen ja dass diese dieses gebiet mache ich anders ich anders war ich will gerne hier mal hin meiner fester steckt alles gibt es ja gar nicht wir brauchen den kill davon ja wird auf jeden fall nicht ganz so leicht werden so eine neue quest sehr schön gegen gift für wenn jetzt fällt mir ein dass es hier ein eine andere teure zutat gibt worüber grübelst du ist das nicht offensichtlich wie ich mir geld verdienen kann wie ich mir geld verdienen kann konntest du darüber nachdenken wie du mehr geld verdienst hast du davon gehört das gift eines das gift anderes gift aufhebt gegen gift gegen gift wie bitte heißt das du willst jemand vergiften der schon vergiftet ist um sicherzustellen dass es tot ist wie brutal ist das also giftige allraunen ok und kostbare hörner sehr gut das gibt aber auch gab aber ordentlich erfahrungspunkte kostbare flügel also sie müssen jetzt auf jeden fall riesen konnodoro machen cool ich finde es auch gut dass wir die quest noch aufgehoben haben weil 30 stück hoffentlich spawning auch sehr gut sehr gut sehr gut das war meine befürchtung dann für ein platz also die droppen ja ich ganz gut aber sehr gut zwei stück pro mob nice natürlich konnte ich auch mal ein exp booster reinhauen aber ich habe ja keine doch ich habe noch einen tag in stunden things wäre auf jeden fall klug die sollen echt ekelhaft sein weil die nämlich einen vergiften scheint ja logisch weil die ja hier droppen so da questet einer hier auch noch wir können uns eigentlich bei ihm anschließend aber ganz ehrlich vielleicht lädt er uns ja ein vielleicht lädt er uns ja ein ich traue ihn ja keine map von daher so fast werden wir vergiftet worden da hätte ich ja gar keine lust drauf gehabt ich hätte eher gedacht dass er fragt ob wir gruppe machen wollen oder ist nämlich einfach ein lied so machen wir mal sehr schön wir machen wir mal ein auf den und sehr nice weiß nicht ob das jetzt andere ihre allrauen sind ist ob das eine extra karte ist einfach sehr schön deswegen gucken wir mal gleich mal das kann das kann echt gefährliche sein und wir 20 prozent gleich krass so und sehr gut sehr gut sehr gut mal aufpassen dass wir nur die zwei machen das alles nicht so gut dass sie das war nicht das war ich knapp hätte ich und wir sind vergiftet ja schön oh mann so die erste quest haben wir fertig sehr gut wir haben aber wir haben wir haben noch irgendwie gegengift oder nicht verdammt das war das nicht irgendwie logisch dass ich das nicht mehr habe so allraune natürlich ist dieselbe karte wie wir die ja schon haben ui sehr schön da machen wir mal hier riesen karte oh nee warte mal doch haben wir schon schade ähm dann machen wir mal roter kondor so der wird ordentlich schon droppen sehr gut so machen die ordentlich schaden ich weiß es gar nicht fleisch oh sehr gut sehr gut sehr gut warte mal ich kann ja die quest eigentlich machen weil es gibt eigentlich eine neue wiederholbare quest ne also ich frage dich bestimmt warum macht das denn der siby nicht warte mal es gibt warte mal das muss ich dann bestimmt noch nach idelia oder so mal hingehen meine ich auch leute weil angezeigt wird es ja nicht das ist schade eigentlich drei auf einmal sehr nice wo die machen aber ordentlich radau sehr gut sehr gut gut dann gehen wir mal hinten hin machen die drei oder nur zwei stück aber egal das passt schon das ist gut dass die sind schon geslowt sehr gut dann machen wir mal auf den und dann war es das guck mal der traut sich gar nicht zu uns hin sehr interessantes äh verhalten so 100 stück eine quest haben wir fertig sehr gut wie viele erfahrungspunkte gibt das sehr viel würde ich mal sagen so fleisch oh das ist immer gut fleisch ist immer gut wenn aber ach da müssen wir noch zu den anderen es gibt nämlich noch ein paar andere von den condoren und ich sag mal so da müssen wir noch zu denen hingehen damit die halt die federn droppen warte mal eins dann gehen wir da hinten mal hin zu der quest äh zu dem levelgebiet so das gute ist dann machen wir einmal oh das ist geil das ist ja geil und zack sind sie down so pass auf ich gehe mal zum levelfest versteck mal gucken ob da irgendwie was ist ob da was abgeht dann mal gucken ob wir den kill bekommen ich weiß nicht ob das der ist oder ein anderer schon ganz cool eigentlich ne gut egal dann müssen wir wohl die normale mal machen muss ich mal gucken ob das irgendwie organisiert bekommt und ich will sagen wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder weil das spiel ist natürlich abgestürzt ja also bis gleich so ich hab's draußen geschafft ja und vergiftet auch hoch vergiftet sind wir leider immer noch eine minute zwar aber es ist trotzdem sehr lästig ja mal einfach war jetzt halt nichts schade hätte ich trotzdem gerne noch welch einfach spontan mal dabei kann man ja mal machen so fleisch und korn roten condor ich glaube die karte haben wir noch nicht äh glaube ich doch ich weiß es nicht nein sehr schön haben wir noch nicht sehr sehr schön wäre witzig wenn wir ja im laufe der zeit des let's plays irgendwann ohne witz irgendwann äh alle karten zusammen haben also sehr sehr viele dass wir die zweite stufe von allen haben gut s karten muss man mal gucken glaube ich eher nicht aber man darf ja nie nie seine sagt man das so ne so komm wir machen noch die zwei ähm condore und slowen sie mal einfach kurz sagen ist er durch kostet so sehr gut und zack noch mein fleisch ja also wir brauchen noch fünfmal fleisch das geht eigentlich das problem ist halt so gut folgen die einem gar nicht und ähm warte mal hier ist hier brauchen wir das fleisch und irgendwo ich weiß ganz genau da gab es doch hier diesen äh den big boss ne den big boss ähm komm wir machen mal einen guten pool äh hoffentlich klappt das wäre auf jeden fall richtig nice und tatsächlich klappt das so das ging gut das ging ja wahnsinnig gut und zweimal fleisch ist gedroppt sehr schön sieben stück nur noch äh drei stück nur noch sehr cool gut hätte ich nicht gedacht dass sie einen äh verfolgen weil das eine mal mhm war das jetzt nicht so cool verdammt hätte ich es ja eher schon früher machen können aber egal guck mal wie unfair die ähm einen die augen auspicken wollen ne so und noch ein fleisch hervorragend sehr schön zwei stück nur noch guck mal die geben ah 16.000 erfahrungspunkte very well very well ne very well so mhm ja müsste eigentlich es müsste eigentlich jetzt klappen mit den äh zweimal fleisch drops so also genau noch eins also das wird auf jeden fall was tatsächlich eins oh sogar drei sowohl gedroppt sehr cool so und wie viel gibt das 37 Millionen sehr fein so äh wir gehen jetzt auch mal auf die suche nach dem einem heiligen roten condor ne der war ja irgendwo mal am rumwuseln ähm ich weiß auch nicht wo ich damals lang gelaufen bin komm dann machen wir noch einmal die titan oh one hit wow krass und badabam nichts komm dann machen wir mal alkan äh alkas äh und ja und feuer titan kann man ja so mal machen ne so und ihn noch zack und ihn ja es ist halt echt schade dass die so mau droppen halt so wir gucken mal ob die uns vielleicht folgen hopp immerhin naja immerhin naaaa tttttt oh ok der ist down sehr gut und das Gift ist weg auch sehr schön ja weiß ich nicht jetzt will ich mich eigentlich nicht so damit beschäftigen mit diesem feuertitan wir rein mal in die anrichtung ich will nämlich warte mal kristallkugel finden wir hier das glaube ich das glaube ich ehrlich gesagt nicht dass wir hier die ok ich korrigiere mich doch die werden sie bestimmt irgendwie finden die kristalle kristallkugel als schwarz werden sie noch groß aus mann 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 hier natürlich auch dings gewesen die bärenmutter aber ich wollte jetzt den an das so dass gut ist dass sie auch feuerschelles sind so vielleicht vielleicht aber nur vielleicht sehr nice ich wollte gerade sagen vielleicht für wir innerhalb der 30 40 kills die kristallkugel auf 55 millionen heilige heilige bärenmutter als es ist schon also das ist nicht schlecht die quest die man hier macht ich hoffe mal ich mache es jetzt nicht falsch weil ich muss also julian meinte julian denn nicht julia also nicht dass sie jetzt das hier falsch versteht verstanden hat das ist aber das aber ein geiler spot nice der ist ja gar nicht mal so übel hier ja der julian meinte halt ich so halt und idealia ja ja